Ja, die letzte Disziplin, David Horn, World of Grip, Pickaxe Hold und dafür gibt es auch diese kleine, süße Murmel, also noch ist die süß, aber die werde ich wahrscheinlich auch noch zu hassen, ja und die darf nicht runterfallen, die wird hier draufgelegt und Steffen zeigt gleich, wie das gehoben wird und die muss drauf bleiben. So und zwar geht es auch wieder auf Zeit halten und Minimum sind wieder fünf Sekunden, wobei das Schwerstgewicht 4,2 Kilo ist, dann 3,8, 3,4, 3 Kilo, 2,6 Kilo und 2,2 Kilo. Wie auch vorher ist es so, dass Gewicht die Zeit schlägt. Soll ich? Ich gehe mal aus dem Weg und du zeigst mal. Okay. Wann wird die Zeit gestoppt? Wenn die Kugel runterfällt. Okay. Oder eben halt abgelegt wird. Oder abgelegt wird, ja. So. Leg die Kugel nochmal drauf. Ja, hier. Zeig. Okay. Bereit? Bereit? Da läuft sie. Da läuft sie genau. Haltet sie auf. Okay.